Unfallkeler Straße. Ein alter Mann geht über die Straße rüber. Der eine sieht ihn noch im Dunkeln halt rechtzeitig, geht in die Eisen halt und der andere kommt nicht mehr zum Stehen, sondern rutscht in den Wagen rein. Der Mann, älterer Herr mit einem Einkaufswagen, muss im Schneckentempo über die Straße, wo keine Ampel ist. So ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017